Hiho und willkommen zurück, meine lieben Freunde der Zauberer-Zunft zu Battlemages. Ja, wir sind im dritten Akt angekommen, dem Erlöser-Akt. Mir fällt kurz auf, okay, wir können doch nicht unsere Führerschaft weiter erhöhen. Kein Problem. Aber wir können weiter marschieren. Wir wollten ja an uns noch diese Höhle angucken, weil hier auch noch Gold rumliegt. Das ist nämlich auch nur eine Monsterhöhle, so wie es aussieht. Wird erledigt. Weil wir müssen auch wirklich unsere Truppen stärker machen. Schon erledigt. Ja, da warten schon die großen Höhlenmonster auf uns. Wird erledigt. Und wir sollten... Okay, zu spät. Unsere Heizhauber ausrüsten. Ja, schon erledigt. Ihr habt eine Aufgabe für mich. Schon erledigt. So, Gold. Schon erledigt. Wird erledigt. Kein Problem. Oh. Ja, Sir. Hallert die Dingbar wieder fest. Wird erledigt. Riecht hier irgendwas verbrannt? Bereit. Schon erledigt. Kein Problem. So, jetzt hekt er nicht mehr fest. Gut. Riecht hier irgendwas verbrannt? Das heißt, wir wiegen jetzt hier ab. Auf zum Sieg. Machen sie sich halt ein Quick Save. Bei dem Vulkan hier oben würde ich erstmal noch meiden. Und die Höhlen, die damit verbunden sind. Auch das hier Gebiet da hinten. Hier scheint nämlich viel zu sein. Und das ist ein abgeschlossenes Gebiet. Schon erledigt. Wie geht's hier voran? Noch sind sie Stufe 2. Haben allerdings genug Holzen und Nahrung und so. Äh, also Nahrung fehlt natürlich auch. Wird erledigt. Okay, was haben wir hier für den Gruft? Kein Problem. Eine zerstörte, okay. Wird erledigt. Hier gibt's noch relativ viel, was wir uns angucken können. Kein Problem. Aber erst mal gehen wir nach da oben. Schon erledigt. Ja, helft beim Wiederaufbau der Stadt. Oh, Zombies. Wird erledigt. Kein Problem. Okay, dann kümmern wir uns erst um Zombies. Ihr habt eine Aufgabe für mich. Das war die eigentliche Zombie-Angreifer. Wird erledigt. Wird erledigt. Kein Problem. Auf zum Sieg. Auf zum Sieg. Äh. Schon erledigt. Sagt mir bitte, ihr seid eine Patrouille. Auf zum Sieg. Wollten wir jetzt nicht auf den Sack gehen? Okay, ihr seid nur auf dem Durchmarsch. Auf zum Sieg. Kein Problem. Schon erledigt. Okay, hier oben gibt's die Kartoffeln. Wird erledigt. Wird erledigt. Rettet sie alle. Ja, Sir. Schon erledigt. So, erst mal den Schreck. Ihr habt eine Aufgabe für mich. Ja. Wird erledigt. Gut, das hier ist... Schon erledigt. ...Kaits Boardpunkt. ...Kein Problem. Wird erledigt. Kein Problem. Also kein... Kein Problem. Schon erledigt. Oh oh. Schon erledigt. Mir fällt jetzt gerade das Wort... Das passende Wort dazu nicht ein. Auf zum Sieg. Naja, hier klingt so, als ob die nächste... ...mehr gelatscht kommt. Wird erledigt. Wird erledigt. Jetzt haben wir ein paar Verluste. Schon erledigt. Schon erledigt. Schon erledigt. Also ja, Skelette, schwarze Krieger... Schon erledigt. Auf zum Sieg. Auf zum Sieg. Auf zum Sieg. Ja. Auf zum Sieg. Ich bin hier. Auf zum Sieg. Schon erledigt. Das sind wahrscheinlich immer wieder Truppen, die auf die Zitadelle geschickt werden. Hier drüben gibt's jedoch nichts. Wird erledigt. Was für uns wichtig wäre. Also gehen wir erst mal zurück. Schon erledigt. Hm, wie kommt man zu der Energiequelle da oben? Gar nicht. Die ist einfach nur da. Kein Problem. Ich könnte das einfach bei der Quelle... Okay, ist zu weit von beiden Truppen entfernt. Schade. Oh, oh. Kein Problem. Mein Geist beschwören. Auf zum Sieg. Oh. Sie ist Stufe... ...3 jetzt geworden. Ja. Wird erledigt. Ich grüße euch erneut. Vielen Dank für eure Hilfe bei der Restaurierung der Stadt. Sobald die Werkstatt ihre Arbeit aufgenommen hat, können wir mit der Arbeit an der Bombe beginnen. Gibt es etwas, was ich tun kann, um diesen Prozess zu beschleunigen? Um eine ausreichend starke Sprengladung herzustellen, benötigen wir geheime Ingridienzen aus dem Krater eines erloschenden Vulkans. Das Problem ist, dass sich dort in letzter Zeit Feuer, eine Metallwesen und andere geschöpftes Chaos niedergelassen haben. Abgesehen davon war die Straße noch nie wirklich sicher. Überlasst das mir. Ich werde euch beschaffen, was ihr benötigt. Hier ist die Karawade. Sie kommt nur langsam voran. Aus diesem Grund kann sie zu den möglichen Angriffen nicht entkommen. Okay. Beschafft hier die seltenen Ingredienzen vom Krater des Vulkans. Eskortiert die Karawade der Bekommnis zum Krater des Vulkans. Die gesamten Ingredienzien müssen in die Stadt der Goblins transportiert werden. Ich jage alles in die Luft. Also erstmal aufwerten. Oh oh. Kaufen und aufwerten. Und? Dich kann ich noch nicht aufwerten. Ich bin hier. Aber dich kann ich aufwerten. Und wir können die Nahrung hergeben. Riecht hier irgendwas verbrannt? Für euch immer. Kein Problem. So. Wird erledigt. Lassen wir die Karawade erstmal dort, wo sie ist. Weil die Goblinstadt selber... Auf zum Sieg. Ist ja recht sicher eigentlich. Und gucken wir uns erst einmal... Fertig um hier oben. Auf zum Sieg. Kein Problem. Jetzt haben wir halt eine nicht ganz so schnelle Ballista bei uns. Aber ja, die will ich einfach haben, weil ich sie nachher noch zum Panzer upgraden möchte. Ich möchte eigentlich erstmal vieles upgraden, bevor wir den Vulkan angreifen. Und ich muss ehrlich zugeben, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Missionen noch kommen nach dieses Loch. Für euch immer. Schon erledigt. Schon erledigt. Schon erledigt. Oh. Zombies. Kein Problem. Auf zum Sieg. Los, Balliste, Feuer. Oder auch nicht. Oh, Balliste hat gefeuert, aber nichts getroffen, weil Schleiß tot war. Jawohl. Wird erledigt. Wird erledigt. Kein Problem. Kein Problem. Auf zum Sieg. Auf zum Sieg. Nennt mir das Ziel. Feuer. Ja. Kein Problem. Schon erledigt. Schon erledigt. Also, kriegt unsere Balliste leider keine Level-Ups, was gelöst ist. Schon erledigt. Ja, wie gesagt, den Vulkankrater, den meiden wir erst mal. Die niederen Dämonen da, die treffen uns von dort aus gerade eh nicht. Kein Problem. Auf zum Sieg. Auf zum Sieg. Also, ja, da oben im Kratus sind mehrere niedere Dämonen. Unsere Karawade ist noch in Sicherheit. Wird erledigt. 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 Wird erledigt.